So, jetzt bin ich an einer großen Kreuzung angekommen. Das ist der nächste Bauabschnitt. Das ist etwas, was ich ein bisschen schade fand. Moment, ich muss mal laufen. Hier in diesem Bereich gab es mal so einen netten Antiquitätenladen, ein kleines Restaurant. Es war ein bisschen schade, dass die Geschäfte weg sind. Es war ein bisschen schade, dass die Geschäfte weg sind. Ach so, da hinten befindet sich auch ein Bauabschnitt über Wohnraum. Gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu einer ehemaligen Flüchtling-Auffangstation. Da war früher, glaube ich, mal Medimax drin. Die Container sind mittlerweile schon wieder weg. Keine Ahnung, wo die geblieben sind, die Menschen. Das ist dann so dieser Bereich. Danach muss ich leider die Straße wechseln, also muss ich wieder zurück. Und schon wieder weg. Was jetzt hier draus wird, keine Ahnung, kann man ja mal ein paar Anwohner fragen, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, das war jetzt hier die ehemalige Opflungsstation. Ich muss jetzt aber wieder zurück, weil ich darf eigentlich auch so nicht weiter. Ja, so viel dazu. Dann melde ich mich später nochmal.